Was haben wir heute alles toll machen? Eigentlich unvorstellbar, aber echt kürzeste Leute. Es gibt kürzeste Leute, gerade wechseln. Und macht das bei uns vor der Bühne. Starten, erstens, dann machen wir mal kurz. Für alles, glaube ich, was wir machen. Also, Nintendo DSi zu gewinnen. Auf Platz 2 ist es, glaube ich, Pokémon Bandai-Figuren mit Lösungsbuch. Und auf Platz 3, die Riggi, das Premium-Box. Also, wahnsinnig tolle Preise. Macht mit, füllt es aus und gebt es wieder bei unseren netten Promotern ab. Genau, und es ist vielleicht noch dazu zu sagen, bei diesen... Ich würde mich freuen, wenn wir den Kindern auf Bühne gehen. Und die auf der Bühne singen. Ja, ich weiß. Aber es ist ein Pokémon. Hey, is that me grounded? Mensch, Philipp, wollen wir das einfach mal mitzuteilen? Das ist dein Team, ohne der einen, der meinen Namen weiß. So, fangen wir an mit dem Quiz. Ihr kennt die Regeln, ihr meldet euch. Wer sie am schnellsten meldet, darf euch, dass sie die Antwort geben. Und das Team. Weil man als erstes vier Punkte hat, also vier richtige Antworten gegeben hat. Das gewinnt. Poster kriegt ihr alle, aber da gibt es dann zusätzlich noch einen Poster. Okay, darum geht's. Alles klar, die Spielregeln bekannt. Dann darf Philipp direkt anfangen mit der ersten Frage. Ja, ich habe... Nenn mir alle Farben, in der da sehe es leider aus dem deutschen Markt erheblich ist. Tipp genau, das heißt, der erste Punkt geht an mein Team. Und da fällt mir doch spontan die nächste Frage ein. Ich möchte von euch mindestens, mindestens vier Nintendo-Konsolen, ja? Ja, das ist einfach, ich möchte von euch nicht mehr in die nächste Frage ein bisschen mehr in die nächste Frage ein bisschen mehr in die nächste Frage. Auch richtig. Involta, in die nächste Frage. Jetzt machen wir mal Pokémon aus der Elementstrasse machen. Das ist hier mal spannend zu halten. Aquana. Ja, das scheint mir logisch. Turntop. Eschen. Das ist auf dem Stacey jetzt eine Frage. Mit dieser Frage, wenn ich die richtig verantwortet, bekommst du ein Poster und ein Booster drauf. Ist das ein Deal? Na, Poster und ein Booster. Ja, Poster. Frage. Ich möchte von dir wissen, was... Nee, du bist auch zu jung für mich. Ich möchte von dir wissen, was...